Geh mal GZ! GZ Stürich, Nummer 1! Herzlich willkommen zum GZ Podcast 6 von euch. Heute wieder zu Gast zum zweiten Mal, Christian Jungen. Danke für die Einladung und für das Vorbeikommen bei mir im Büro. Ich freue mich über unser Gespräch. Danke, immer sehr schön da hinzukommen. Eine sehr schöne Lage sogar. Gefällt mir immer sehr, da zu sein. Wir sind ja hier im Studio Belriff. Das war in den 1920er Jahren die erste Indoor-Tennis-Halle von Europa. Die Engländer kamen, die Reichen. Sie gingen im Winter Wellness. Es war eine Sensation, dass wir in-house Tennis spielen konnten. Und nachher wurde es ein Filmstudio. Die Wegenstätte des Schweizer Fernsehens. Und dann wieder ein Filmstudio, in dem grosse Filme gedreht worden sind. Wie Reise der Hoffnung, der Oskar kam. Wolf Lissi gedreht. Musikgruppe Yellow von Dieter Meier und Boris Planck. Die Reichen ist an einem geschichtsträchtigen Ort. Extrem. Es ist spannend, was da draus geworden ist. Jetzt sind wir hier im Office. Und du bist gerade an dem Punkt, wo das Indoor-Tennis angefangen hat. Du hast ja beim letzten Podcast über das gesprochen. Dass ja hier viele Engländer auch mal da gewesen sind. Genau. Und ich bin ja immer drei, vier, fünf Mal pro Jahr in Los Angeles. In der Stadt von unseren neuen Besitzern. Und wenn ich dort zu den Studios gegangen bin. Und man hatte ein Meeting bei MGM oder bei Warner Brothers oder Sony. Da finde ich es immer so cool. Weil es ist, man geht wie in ein Museum hinein. Wir haben gesehen die Oscars, die ausgestellt sind. Und wir haben da auch unser Büro in ein Museum in eigener Sache verwandelt. Weil das Zürich Filmfestival feiert dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum. Und da ist doch schon ein oder andere Star da gewesen. Und das wollen wir auch sehen, wenn man zu uns ins Büro kommt. Willkommen. Ja, gratulieren. Jetzt noch einen Geburtstag. Danke, danke. Super. Ist das einfach nur etwas geplant dieses Jahr jetzt, wo man 20 wird. Ja, wir wollen eigentlich die beste Ausgabe in ZFF History machen. Mit dem besten Filmprogramm. Und ich bin eigentlich sehr optimistisch. Weil wir haben jetzt einen Haufen komplizierte Jahre mit Covid. Und letztes Jahr mit dem Streik in Hollywood. Und wenn das ja mal keine Pandemie ist und keine Stars am Streiken. Dann denke ich, wird sehr viel möglich sein, um große Namen auf Zürich zu bringen. Okay, spannend. Steht schon etwas an? Oder Leute, die du gerne da hattest, die jetzt möglich wären? Ja, wir sind schon einigen dran. Ich kann aber jetzt noch nicht darüber reden. Bei den Filmen ist es halt so, viele Filme, die dann am Festival laufen, sind jetzt entweder noch am Drehen oder in Post-Production. Die sehen wir dann erst im Sommer oder so ab Juni einen Rohschnitt oder so. Bis dann wieder fleissig Filme schauen angesagt haben. Ja, genau. Also ich sehe fast 1000 Filme pro Jahr. Ich bin relativ viele Filme zu schauen. Und wir zeigen am Schluss etwa 100 Filme. Und haben so ein wenig Anspruch, einfach die besten Filme des Jahres im Programm zu haben. Und jetzt sind ja gerade kürzlich die Oscars gewesen. Jetzt sind zehn Filme von uns nominiert gewesen. Und vier davon haben Oscars gewonnen. Zum Beispiel den Film Poor Things. Der erfolgreichste Film ist im Kinoframe, den wir an Europa betreiben. Wir haben den ehemaligen Kosmos übernommen und als Kinoframe eröffnet. Und am letzten Wochenende hatten wir den 5000. Zuschauer für den Film. Das entwickelt sich auch sehr positiv. Und dann kommt man dann gratis Gutsch über oder wie einen Eintritt für einen Film, wo man dann schauen kann. Also die, die bei uns... Aha, der 5000. Nein, da haben wir jetzt keine Aktion gemacht. Aber ja, das wäre eine gute Idee fürs nächste Mal. Dass man sagt, sie sind der. Und dann das nächste Mal einen gratis Eintritt. Vielleicht ein 10.000 dann? Ja. Cool. Ja, und wie ist so das Zurich Film Festival im letzten Jahr im Verlauf? Bist du zufrieden im Allgemeinen, wie es war im September? Ja, wir sind sehr zufrieden. Wir haben 130.000 Besucherinnen und Besucher gehabt. Man muss auch mal sagen, innerhalb von diesen kulturellen Leuchttürmen in der Stadt Zürich sind wir besuchermässig das Nummer 3 hinter einem Kunsthaus und einem Opernhaus, wo mehr Zuschauer haben oder Besucher als wir. Aber die haben das ganze Jahr offen. Wir sind ein Event von 11 Tagen und haben in diesen 11 Tagen zum Beispiel viel mehr Besucher als eine Tonhalle oder ein Schauspielhaus. Das ist doch bemerkenswert und zeigt, dass das Festival in der Stadt sehr gut verankert ist. Und ich bin auch sehr zufrieden mit den Gästen, die wir da hatten. Wir hatten dann Jessica Chastain da, Mads Mikkelsen, wo enorm viele Leute von der britischen Inseln kamen, so ein James Bond-Fan-Club. Und das Spannende bei Mads Mikkelsen, das ist der Dan, der ist bei Star Wars dabei, der ist bei Marvel dabei, der ist bei James Bond der Bösewicht gewesen und dann bei der Harry Potter Spin-Off, wo er Johnny Depp ersetzt hat. Der hat unglaublich viele Fans. Und auch Eton Huck ist sehr gut angekommen. Und das war dann doch noch eine Ausgabe mit ein wenig Hollywood-Glamour. Obwohl der Streik, damals haben ja Schauspielerinnen und Schauspieler gestreikt, in Hollywood einiges verunmöglicht hat. Also zum Beispiel der Film Poor Things, den wir gezeigt haben, den ich jetzt eben gerade erwähnt habe, der so erfolgreich läuft und vier Oscars gewonnen hat. Da wäre eigentlich Thema Stone gekommen, was eine super Geschichte gewesen wäre. Weil die war schon mal bei uns, als sie noch völlig unbekannt gewesen ist. Und mittlerweile ist sie eine zweifache Oscar-Preis-Träger. Er hat ja dieses Jahr wieder gewonnen. Ja, das war ein bisschen bitter in dem Moment, wo man dann erfahren hat, dass es nicht möglich ist. Weil der Film halt von Disney ist. Also Searchlight Pictures gehört zu Disney und darum ist das nicht möglich gewesen. Jetzt dieses Jahr natürlich spannend. Bei GC haben wir ja die neuen Besitzer, LAFC. Das sind ja mehrere Inhaber, die diesem Club gehören. Und einer davon ist Peter Guber, ein riesiger Filmproduzent. Er hat grosse Filme gemacht, Rain Man. Er war Studioboss bei Sony Pictures. Und er hat einen Filmproduktionsfilmer, der Mandalay heisst. Das ist das Signet mit dem Tiger. Und ein anderer ist natürlich Will Ferrell, der Komiker. Und es wäre natürlich cool, wenn einer oder noch besser gerade beide dieses Jahr auf Zürich kommen könnten. Dann könnten sie nämlich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie könnten zu uns als ZFF kommen. Und wir würden sicher auch einen Film zeigen mit Will Ferrell. Und sie könnten in dieser Zeit dann auch im letzten Rund den Match schauen. Und sie könnten mal GC-Spieler sehen. Das Spannende ist ja bei diesen Amerikanern. Ich hatte schon das Privilege, jetzt drei von denen zu sehen und mit zwei ausführlich reden. Die sind erstaunlich gut im Bild. Also das ist ein rechter Unterschied zu den Chinesen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass sie weit weg sind. Und sie kommen mit Floskeln und Durchhalteparolen. Also die wissen sehr gut Bescheid, wie es sportlich aussieht. Sie schauen auch die Match. Und sind auch mit Harald Gärtner, dem Europachef von GC, im engen Austausch. Und ich bin ironischerweise in Kalifornien aus dem Flieger gestiegen. Und mache das Handy an. Dann macht es Bing Bing. Und dann sind die Push-Meldungen gekommen, dass jetzt eben GC in amerikanischen Händen ist. Und ich dachte, das ist jetzt noch ein gutes Omen. Ich erfahre quasi auf meinem Trip nach L.A., dass GC jetzt zu LAFC gehört. Und ich finde, das ist eigentlich eine gute Besitzerschaft. Weil in Los Angeles hat es auch zwei Clubs. Galaxy, wo David Beckham war. Und die hatten viel mehr Fans. Und jetzt LAFC. Aber LAFC ist ein bisschen der edlere Club. Und hat ein bisschen das kleine Stadion. Aber auch eine sehr grosse Fanbase. Und wenn es etwas anmissen könnte, dann ist es Community Building, Marketing, Stimmung machen, Merchandise. Man sieht es ja jetzt, du hast schon so einen neuen Pulli. Ein bisschen in den LAFC und auch Zürich Filmfestival Farben. Schwarz-Gold. Und da sieht man schon einen guten Einfluss von den neuen Besitzern. Extra darum, die Farbe ist schon genutzt. Oder halt eben auch, wie du es schon gesagt hast, Black & Golden von LAFC. Eben, das wäre ja auch ein Argument, um die dann auf Zürich zu holen. Definitiv, ja. Du hast schon ein paar Namen erwähnt. Mit Wilna hast du dich bereits noch austauschen? Mit welchen weiteren Personen? Ich weiss jetzt leider nicht mehr. Der eine hat so malaysische Wurzeln. Das ist einer von den Besitzern, der da war. Und der andere ist ein ehemaliger Fussballer, der sogar mal in der Nazi war und bei Bayer Leverkusen gespielt hat. Die sind einmal da gewesen und sind im Donnerstagsklub vorbei gekommen. Und an der Generalversammlung von GC vor zwei Wochen ist auch einer da gewesen und hat das an der Präsentation gemacht. Und da haben wir schon den Unterschied gesehen. Zu unseren eigenen Leuten, die relativ nüchtern, wie das in einer Schweizer Vereinsversammlung der Fall ist, durch Traktanden sind. Und der andere hat da eine Presse mit Showtime und sie machen Werbung mit Rapper. Und man merkt halt, in Amerika ist Fussball nicht einfach nur eine Sportart, sondern auch ein Business. Da will man damit Geld verdienen. Und Merchandise ist ein riesiges Thema. Und wenn wir da ein Scheiben drauflegen und unsere Scheiben abschneiden von ihrem Know-how, dann kann uns das noch zu gut kommen. Ja, auf jeden Fall. Es war eine super Präsentation. Und ich dachte, wenn man das jetzt bei uns so umsetzen, dann sieht unsere Zukunft top aus. Also das war wirklich Hammer. Wie jetzt auch Community-Building, das du erwähnt hast. Also das hat mich ja grandios umgesetzt, dass man die Leute einladet. Und dann haben ihre Interessen aufgeschrieben, was sie wollen vom Club, was sie supporten, was sie cool finden. Und der Verein hat auf das gehört, was die Fans auch wollen. Und mit ihnen gemeinsam das aufbaut. Das finde ich schon Hammer. Ja, ich bin auch wirklich begeistert. Und ich meine, man sieht es ja. Es ist wie Tag und Nacht zu den Chinesen, die zwar gezahlt haben. Das muss man fairheitshalber sagen. Die haben viel Geld ausgegeben, aber leider wenig bewirkt. Und man sieht es ja jetzt zum Beispiel in den Medien. Die GC liefert wieder interessante Geschichten. Und Amerika ist uns halt einfach auch kulturell viel näher. Und von dem her bin ich da sehr zuversichtlich. Aber das beste Marketing nützt am Schluss nichts, wenn auf dem Feld kein guter Fussball gespielt wird. Oder kein Goal fallen oder keine Punkte kommen. Von dem her hoffe ich einfach, dass es nicht jetzt eine komische Situation gibt. Dass wir dann irgendwie noch in Abstieg strudeln kommen oder worst case abstiegen. Und dann das Feld wieder von hinten aufrollen müssen. Das ist schon etwas, das mich ein bisschen nachdenklich stimmt. Das gute am Match gegen St. Gallen war, dass wir dann doch noch das Goal gemacht haben. Endlich einmal ein Goal. Wir haben irgendwie vorher in sieben Spielen fünfmal gar kein Goal geschossen. Die Schwäche im Sturm, das ist echt langsam beelendend. Weil ja, wenn kein Goal schiessst, kannst du im besten Fall ein 0-0 machen. Und das ist einfach keine Perspektive. Definitiv. Ja, jetzt ist es zum Glück wieder der Bradley Fink gewesen, der seit dem August 2013 wieder einmal getroffen hat. Also auch immer wieder schön für ihn. Sicher auch. Auch er, ich finde eigentlich ein super Typ, wie er auch von der Kurve steht. Und die ist immer noch mega motiviert. Auch am Schluss auch in der Niederlage. Und auch die Fans anpusten. Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch wichtig, dass die Spieler sich auch immer wieder bei den Fans bedanken. Es ist immer so gewesen, GEC ist nie der Klub gewesen mit der vollen Hütte und den meisten Fans. Aber wir haben jetzt doch eine sehr treue Fanbasis. Also ich meine, ich war in Winterthur, bin dort hingegangen. Die Woche vorher ohne Billett. Und bin wieder einmal in der Kurve gewesen. Ich weiss nicht, wie viele das in diesem Sektor gewesen sind. Es waren allein 1.600 oder so. Und auch auf der Seite und auf dieser Gegengerade hat es GEC-Fan gehabt. Und wir haben nach wie vor viele Leute, die hinter dem Klub stehen. Und auch gemerkt haben, was es geschlagen hat. Die Jungs brauchen jetzt auch unseren Support. Und dasselbe haben wir ja gesehen gegen St. Gallen. Wir haben über 10'000 Zuschauer gehabt. Trotz der schlechten Tabellensituation. Und das zeigt, es gibt so ein wenig ein Aufbäumen auch bei den Fans. Und das ist extrem positiv. Und darum finde ich es auch wirklich gut, dass die Spieler damit eine Rechnung tragen und sich vor der Kurve bedanken für den Support. Extrem. Ja, definitiv. Ja, wir haben ja vorher noch geschrieben, vor dem Winterdurchspiel auch. In diesem Fall hast du jetzt gleich noch einen Weg gefunden ins Stadion zu kommen. Ja, ich habe es noch geschafft. Auch da. Es war enorm, wie viele Leute da gekommen sind. Ohne Gewehr. Klar heisst es irgendwo auf Social Media, es gibt noch Billett. Und ja. Wir haben einen lautstarken Anhang. Wir haben Fanen. Wir haben Choreo gehabt. Und da liegt viel drin, wenn man jetzt noch mit dem Know-how und der Professionalisierung von LAFC den Klub auf einen besseren Kurs zu bringen und der Funken wieder überspringt und sich herumspricht. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. Ich befürchte allerdings, oder nicht befürchte, es wird sicher auch nötig sein, dass es wahrscheinlich wieder einmal mehr einen grossen Umbruch gibt als im Sommer. Ich weiss nicht, die Mannschaft jetzt bös gesagt hat einfach zu viel Mittelmass. Wir haben zwei, drei gute Nachwuchsspieler und das muss auch der Way to go sein. Die GC muss mit dem Nachwuchs arbeiten. Solange wir nicht bedeutend mehr Geld haben, sind wir darauf angewiesen, dass wir gute Leute ausbilden können. Und dann hoffentlich auch mal teurer ins Ausland verkaufen, sodass wir wieder etwas verdienen. Und dann gibt es eins, zwei. Einer ist sicher der Abraschi, der wirklich einfach der Einpeitscher ist. Der, der auch dafür sorgen kann, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht. Die behalten wir. Und nachher braucht es dann schon irgendwann einfach Leute, die stärker in den Zweikämpfen sind, weniger Fehler machen. Mir fällt einfach auf, wie viele Fehlpässe da gespielt werden. Ich bin ja ein lebenslanger Fussballfan. Und das war wirklich zum Teil in den letzten Matchen grauhaft. Ich meine, natürlich schiessest du kein Goal, wenn du jedes Mal an den Ball hast und dann willst du einen Pass am Flügel rausspielen und der geht entweder in das Haus oder der Goalie schlägt ab und jedes Mal den anderen hat die Füsse. So geht es natürlich nicht. Und da spürt man einfach auch eine gewisse Verunsicherung in dieser Mannschaft. Es war auch interessant, den Bruno Berner zu beobachten, wie der Winnendirigent irgendwie. Ist der Mummenfuchtler an der Linie. Und ja, das ist schon eine Herausforderung mit dem jungen Team. Definitiv, ja. Ich habe ihn auch von hinten beobachtet und dachte, du siehst wie der Michael Arteta bei Arsenal mit dem langen Mantel. Interessant ist jetzt ein bisschen eleganter gekleidet. Am Anfang stand der Windi Akadette. Ich weiss nicht, ob er jetzt einen Kleidersponsor hat. Aber es ist ein gutes Pass zu GC, wenn er einen schönen Mantel hat und die Klasse auch in der Ausstattung zeigt. Definitiv, das passt gut. Ja, jetzt im Sommer. Was hast du für Erwartungen an GC oder an LAFC? Was muss passieren, damit man wieder besser dasteht? Ich glaube, das wichtigste Projekt ist jetzt zuerst einmal nicht absteigen. Und wenn das geschafft ist, eine neue Mannschaft aufzubauen, die einfach mehr spielerische Klasse und Substanz hat. Ich persönlich hoffe eigentlich, dass wir weitermachen mit dem Bruno Berner. Weil was GC auch braucht, und das zeigt ja auch der Erfolg vom LAFC, du musst irgendwie in der Stadt auch ein Player sein, verwurzelt sein. Du brauchst Identifikationsfiguren. Und Bruno Berner ist so einer. GC ist sein Klub, seit er ein Junge ist. Er hat bei uns gespielt und gute Zeiten gehabt. Und an und für sich brauchen wir solche Leute. Weil einfach wieder so wie bei den Chinesen, irgendeine Truppe zusammenwürfeln, zwei, drei Portugiesen, ein Japaner, ein Südkoreaner, ein Chineser, das stiftet einfach keine Identifikation. Und dann hoffe ich schon, dass die Workshops anfangen mit den Amerikanern. Dass man sich überlegt, okay, wir wollen jetzt Zürich zurückerobern. Wie machen wir das? Was braucht es da dafür? Da hat es gute Aktionen gegeben. Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Sei das der Stand gewesen am Zürichfest oder gewisse Videos, die sie aufnehmen und auch ikonische Orte der Stadt Zürich einbeziehen. Sei das Grossmünster oder Sechseleutenplatz. GC muss einfach in dieser Stadt wieder präsenter werden. Wir wollen natürlich auch einen neuen Treffpunkt, das Clubhaus, lokal, eine Bar, wo die Fans sich treffen können, helfen. Und natürlich müsste man auch wieder mehr GC-Leibring sehen im Alltag. Leute, die sich getrauen, mit dem Pulli, mit dem Liebchen herumlaufen. Aber da muss ich schon sagen, ich wohne ja in der Stadt Zürich, wir haben das Terrain recht verloren. Also wenn ich schaue bei meiner Tochter in der Schule, das Verhältnis ist nicht 3 zu 2 oder so, sondern es ist irgendwie 10 zu 1. Und wenn du Schulklasse siehst mit irgendwie 10, dann hat irgendwie jede zweite FCZ-Kappe oder Jacke an. Aber es gibt noch die Hochburgen, Düberdorf. Es ist eine schöne GC-Hände. Wittiken, auch am See gibt es noch ein paar. Aber wir müssen in der Stadt auch wieder den Boden gut machen. Definitiv. Ja, in der Stadt gibt es da sicher noch viel Potenzial. Aber ich gehöre auch von weiteren Städten, die immer mehr gekommen sind. Auch Rümlang oder Ephrätiken. Mit GC-Fans? Ja, genau. Ja, super. Was mich erstaunt hat, als ich wieder einmal in der Kurve sah, ich war ja ein Kurven-Jub. Ich war natürlich jahrelang. Und auch die Auswärts-Match. Ich muss gleich sagen, die Jungs, die unseren GC unterstützen, beeindrucken mich. Sie haben jedes Mal irgendein Choreo, sie haben die Fähne. Sie sind in Sion, sie sind in Genf, sie sind in Lausanne. Und sie sind doch ein wenig mehr als früher. Das ist wirklich sehr cool. Und das gefällt mir auch. Was mir einfach aufgefallen ist, die sind zum Teil extrem jung. Also die Kurven-Kids sind, ich weiss gar nicht, 15 oder so. Aber das ist gut. Es muss ja auch hip sein. Und ich finde einfach, und eben darum bin ich froh, dass die Spieler sich bedanken am Schluss des Matches. Egal, ob sie gewonnen haben oder nicht. Und das braucht ja doch ein Commitment. Und man muss halt ein richtiger Fan sein. Weisst du, wenn es läuft und du bist Erster oder Zweiter und es steht das Spitzenspiel an. Ja, das ist gratis. Dann können wir da alle. Das haben wir ja gesehen. Ich habe es noch erlebt. 20-13 am Cup-Finale in Bern gegen Basel. Das ist eine Wand. Fugetze-Wenn war dort in Bern oben. Und ich war ja auch noch dabei, auch 2003 beim letzten Meistertitel. Ich würde schätzen, 5000 oder noch mehr Fans sind dort in Bern. Das war nicht im Wankdorf. Der wurde gerade umgeboten. Zum Start der Suisse. Es ist um einen anderen Neufeld. Also wenn es läuft, dann kommen die Leute sowieso. Aber die, die auch in diesen Zeiten… Ich habe irgendwo so einen gespreiten Spruch gesehen. Es gab in Dübendorf. Wir sind immer hinter dir, auch wenn du mal nicht im Moden bist. Und das beeindruckt mich eben an diesen Fans. Und gibt mir auch Hoffnung und motiviert mich auch selber. Ich bin ja bei den Heimspielen auf den Tribünaren. Ich habe dort die Saisonkarten rüber geschaut und sehe, hey, unsere sind auch wieder da. Genau, ja. Es ist schon sehr, sehr wichtig auch, dass die Jungen im Stadion sind. Auch wieder mehr Jungen dazu kommen, wie du gesagt hast. Das ist super. Also das merkt man auch langsam. Bist du immer in der Kurve oder mal dort mal da? Ja, eigentlich immer in der Kurve. Normalerweise. Einmal hat es das gegeben, wenn ich jetzt in die VIP-Hopper-Lounge gegangen bin mit einem Kollegen. Ein Kollege, der ist schon geätssympathisant. Ich hatte mir ein Schalgeschenk im letzten Match, wo wir mal gegangen sind. Seitdem ist er mega begeistert. Und ja, und dann ist er dort in der Lounge gewesen. Und dann haben wir das Spiel vom A ausgeschaut. Er war so begeistert. Ich wollte gerade eine Saisonkarte kaufen. Super. Das ist wirklich ein Hammer. Genau. Aber ja, ich kann leider jetzt nicht immer dabei sein. Normalerweise bin ich eigentlich immer in der Kurve. Aktuell helfe ich halt oft bei den GZ-Frauen. Da bin ich halt auch Spieltag dabei. Wir machen auch Spielberichte. In Zukunft vielleicht Live-Ticker. Und darum auch dort vor allem jetzt dabei. Aber ja, ich hoffe natürlich eben, dass man da immer wieder die Kurve natürlich auch pushen kann. Auch wenn ich jetzt selber nicht immer dabei sein kann. Jetzt gegen Lausanne natürlich schon. Da bin ich dabei. Aber ja, ich habe sogar mein Saisonalbo von der Kurve geschenkt. Okay. Wo ich nicht immer an jedes Spiel gehen kann. Auch aus finanziellen Gründen. Und dann ja, ich bin ein paar unterhalten. Und dann habe ich es am Geschenk gegeben. Weil mich jetzt auch nicht mehr an jedes Spiel gehen kann. Nur noch vereinzelt. Aber ja. Das finde ich sehr cool. Was natürlich auch bräuchte. Aber das ist natürlich das Hollywood-Thema, das uns seit Jahren begleitet. Wäre einfach das eigene Stadion. Der Hartturm. Ich muss sagen, da bin ich recht frustriert, als ich wieder gesehen habe, wer da alles dahinter ist. Und das blockiert. Für mein Demokratieverständnis. Jetzt haben wir vier Mal abgestimmt. Ich verstehe auch nicht, wieso das vor dem Bundesgericht nicht vorwärts geht. Sie haben ja mal entschieden, dass es gut ist. Und dann hat es aber geheissen, einer sei nicht der. Jetzt müssen wir nochmal. Und dann ist das quasi, wie wenn man beim Skilift rauskommt. Wenn man da hinten ansteht. Ich finde, das muss man auch ein politisches Gespür für die Situation haben. Die Bevölkerung will ein neues Stadion. Das ist demokratisch jetzt mehrfach abgestimmt. Und jetzt muss man doch das auf den Fast-Track tun können. Und nicht einfach in der grössten Stadt der Schweiz zwei Klippe und ihre Anhänge hinhalten. Das ist halt schon eine sehr herausfordernde Situation für uns, die GC. Und ich finde es auch ein bisschen gespässig. Ich habe ja den alten Harturm noch gekannt und bin dort eben jahrelang um den Match schlugen. Aber wenn ich dann eben zu Winterthur in den Kurvenstand sehe, die 15-Jährigen, die waren ja noch nicht einmal auf der Welt, die dann abgerissen wurde. und irgendwo mit immer nur von dem alten Harturm schwärmen, den viele ja gar nicht gekannt haben. Ja, wir müssten wie das neue Projekt vorne haben. Und auch da hoffe ich, dass wir irgendwie, L.A., die Heimatstadt von unseren Besitzern, das ist ja auch die Kapitalen vom American Dream, oder, Bigger-than-Life, Hollywood, dass die uns etwas von ihrem Optimismus übertragen können. Und dass wir das einfach hinbringen. So, wie das im Eishockey auch möglich war. Das ist ja auch ein bisschen das Bittere, dass eigentlich mit dem Rolf Thörig, dem Peter Spuhler und dem Walti Frey drei Leute aus dem GC. Und die einen waren ja auch beim Fussball dabei. Am Schluss, im Eishockey schafft man es, in dieser Stadt mit ihrer Verhinderungspolitik und ihren Einsprachen ein Stadion hinbringen. Und im Fussball warten wir seit 16 Jahren auf das neue Harturmstadion. Ja, es macht sicher auch einen Unterschied, wenn man jetzt eben, ich kann sagen, man hat mit 10-15 Millionen das höchste Budget von Europa. Wenn man es vergleicht mit GC, wenn man dort gerade mal so ein Defizit decken kann, ist das halt schon ein Unterschied. Da macht es natürlich auch spannender für sich, denke ich, um sich dann dort zu arrangieren. Aber natürlich, ja. Vielleicht müssen wir einfach auch wieder einmal auf die Strasse. Ich war in meinem Leben einmal an einer Demo, nämlich für das Harturmstadion vor vielen, vielen Jahren, mit dem Filippo Leutenecker auf dem Turbinenplatz und vielleicht braucht es auch wieder einmal eine Aktion, um ein sichtbares Zeichen zu setzen, dass es doch eine Mehrheit gibt in dieser Stadt, wo das Stadion jetzt einfach will. Und dass man auch von den politisch Verantwortlichen und von dem Gericht erwartet, dass sie jetzt auch dem dringenden Wunsch einmal Rechnung tragen und vorwärts machen. Ja, definitiv. Bei welcher Abstimmung war das, als du auf der Strasse bist? Hey, das ist irgendwie... Ich weiss gar nicht, wann das war. Das war vor über 20 Jahren. Es gab eine Demo für ein Harturmstadion. Ich glaube, im Vorfeld der ersten Abstimmung, ich weiss nicht, 2003. Um diesen Dreh ist das gewesen. Und da hat es einige Leute gehabt. Wäre cool gewesen, da hat man wie ein St. Galler Stadion in Zürich gehabt, mit dem Shoppingcenter. Also dort hat man alles gehabt und dort drin. Wir haben auch so einen Hang zur Selbstverfleischung. Natürlich. Jedes Bauprojekt hat seine Vor- und Nachteile. Das ist ja klar. Aber irgendwann, Gott im Himmel, muss man auch mal sagen, jetzt haben wir hier ein vernünftiges Projekt. Es soll ja noch Wohnungen geben, an der Schule und Hochhäuser. Und let's go for it. Wir stehen ja auch ein bisschen bünzlig und provinziell da. Basel schafft es, Neuchatel schafft es, St. Gallen schafft es, Genf schafft es. Aber in der grössten und reichsten Stadt der Schweiz, in der schönsten, in der Medienhauptstadt, in der Wirtschaftsmetropole, in der Hochschulmetropole. Da kann man alles bewegen. Disney hat ein Lab da. Google ist bei uns, Microsoft. Aber ein Stadion bringen wir nicht an. Das ist wirklich ein bisschen beschämend. Also Garcia ist neustens mit Stadion Plane gekommen. Bei dem sieht es auch so aus, als würde es die jetzt bald auch realisieren. Also das ist schon klasse. Obwohl die ja eigentlich schon ein gutes Stadion haben. Kann man eigentlich mal so sagen. Also es ist da, es funktioniert. Es ist jetzt nicht irgendwie einstutzgefördert, wie man damals beim Harturm gesagt hat, ob es wirklich stimmt. Und der Harturm ist eigentlich auch ein guter Standort. Erstens hat er eine lange Geschichte. Natürlich für uns, das ist unter dem Schöller, der legendäre GC-Präsident, ist dort schon der alte Harturm gewesen. Es ist mit dem ÖV gut erschlossen. Für die, die mit dem Auto kommen, ist es gut erschlossen, ohne dass sie irgendwie die Innenstadt verstopfen müssen. Weil es bei der Autobahnausfahrt ist. Und ich finde ja, wir sind ein Club, der zweite Eltischte in der Schweiz nach St. Gallen, 1886. Wir halten auch die Traditionen höch. Das unterscheidet uns ein wenig von den geschichtsvergessenen Clubs, die mal so ein Leibchen haben und dann wieder so ein, und mal haben es einen Tiger und dann wieder ein Loi oder irgendetwas. Wir haben den Hoigümpel, wir sind die Gezer, wir sind Blau-Weiss, wir haben die Geschichte, wir haben die Tradition, wir sind Rekordmeister und wir haben eigentlich ein moralisches Anrecht auf den Harturm dort draussen. Und ja, wir hoffen wirklich, dass wir das Stadion jetzt endlich bekommen. Definitiv. Ja, es ist schon unsere Heimat. Die UBS bekannt sich ja weiterhin noch zum Stadion. Ja, es ist extrem wichtig, dass jetzt mit dem Wechsel von der Credit Suisse in die neue UBS das Commitment bleibt, dass sie das Stadion wenden. Und das ist eigentlich gute News. Extrem wichtig auch für die Zukunft. Aber wir warten jetzt im 29, im 31, also das Stadion stehen, ist schon heftig. 29 ist fünf Jahre. Weisst du, mir würde es nur schon gut tun, wenn mal ein Kran aufgestellt wird und etwas fängt sich an zu tun. Das würde wenigstens Hoffnung spenden, oder? Ja, definitiv. Am besten, wenn wir das selber mal loslegen, mit Kranen vorzufahren und dann mal anfangen. Es sind ja auch andere illegale Aktivitäten gedeutet, dort auf der Brache. Aber zum Stadion bauen, braucht es halt dann gleich Architekten, Planer und Profis. Und diese Leute haben wir ja alle auch im Club. Die GC ist ja auch sehr geprägt und mitgetragen von Bauunternehmern, von Architekten. Das ist ja eigentlich auch unser Milieu und von dem Motto zu erreichen, dass es jetzt wirklich mal vorwärts geht. Hast du so als erstes Denk gehabt, wo du mitbekommen hast, dass dann eben die Leute, die da dahinter stecken und sich immer bei mir gegen Stadion einsetzen? Also über den Zweifel und auch über den von der NZZ. Ja, den Felix Müller kenne ich ja gut. Das ist natürlich eine bittere Ironie. Der ist ja selber GC-Fan, dass ausgerechnet noch aus der eigenen Reihen Widerstand geleistet wird. Aber das sind halt die Hünker, ich weiß nicht, wo zum Teil keine Hochhäuser wollen oder Angst haben um ihre Aussicht. Ja, manchmal gibt es we agree to disagree in der besten Familie oder Freunden. Wie kann das sein, dass er als Kidsfreund dagegen ist? Ich weiss nicht, da musst du ihn selber fragen. Das würde mich wundern, ja. Das würde mich wundern, ja. Ich hätte dich auf jeden Fall nicht überrascht, dass er auch aufgelistet worden ist beim Magazin Zürich.ch? Also ich wusste nicht, dass er dahinter steckt, muss ich sagen. Von dem her war ich schon ein bisschen überrascht. Aber man hat ja gemunkelt oder gewusst, dass das so Hünker-Kreise sind. Aber wie soll ich sagen, meine Kritik gilt wirklich auch am Gericht, wo, wie ich vorhin gesagt habe, einfach jetzt nochmal eine Zusatzschlaufe verlangt. Wenn du beim Skilift quasi rausgeschopft wirst, solltest du eine faire Chance nicht wieder hinten anstehen, sondern nochmal füren dürfen und wieder hoch. Und wenn die mal füren würden, dann wären auch die Einsprache geboten und dann könnte man loslegen. Ja, wir arbeiten jetzt bis zum 29. Ich bin wie immer sehr zuversichtlich. Ich hoffe, um 29 bringen wir hin. Ja, und jetzt, wenn wir so die aktuelle Situation anschauen, ich gehe jetzt, mich schiesst eigentlich mega über Abstiegskampf zu reden vom Grasup-Club Zürich. Aber, ja. Ich bin dann übrigens gespannt, also wegen dem Thema, jetzt sind wir ja auf dem 10. Platz und jetzt kommt dann die Play-Out-Geschichte. die ja das erste Mal ist. Also, früher ist es darum gegangen, wer wird Meister, wer kommt. Jetzt ist man in den ersten Sechs oder in den letzten Sechs. Wer hätte gedacht, dass am Schluss aus dem Kanton Zürich wahrscheinlich der FC Winterthur in den ersten Sechs ist. Das ist doch auch gezeigt, dass die Liga an und für sich noch spannend ist. Ich habe jetzt den Moduswechsel nicht unbedingt begriffen. Vor allem hat man es ja auch etwas damit begründet, weil man etwas für die Fans machen will, damit es spannend bleibt. Man nimmt jetzt den Wechsel nach der erfolgreichsten Saison ever, was die Zuschauerzahlen betrifft. Und oben hinaus, interessant, mein Tipp Anfang der Saison, habe ich allen gesagt, ich sage Servet wird Meister. Da bin ich zum Teil etwas komisch angeschaut worden. Jetzt ist das also durchaus im Bereich vom Möglichen. Und für mich, wo quasi in den 80er Jahren ein grosser GC- und Fussballfan geworden ist, ist eigentlich Servet. Das ist so der Klassiker gewesen in den 80er Jahren. Servet und die GC haben sich eigentlich abgewechselt im Köp in der Meisterschaft. Und ich finde es noch recht spannend, wie die einen Aufbruch hinbringen in Genf. Übrigens auch mit den Lieblis. Sie verkaufen wieder die alten Könnad-Lieblis und die gehen weg wie warme Weckli. Und das finde ich cool. Das geht so. Also ich bin recht happy mit dem neuen Kapelli-Shirt und dem Oigümpfer. Finde ich, haben wir momentan eigentlich schönste Lieblis seit langem. Ja, wirklich. Ich finde es ein Top-Lieblis. Aber eben auch die Spiele gegen Genf sind ja jetzt noch cool. Ich glaube, die Genfer sind uns auch positiv gegenüber eingestellt. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass sie immer noch einen gewissen Charme an diesem Spiel gegeneinander. Das ist ja so, es ist so ein Klassiker. Ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal überhaupt mal in Genf einen Punkt geholt haben oder gewonnen. Das letzte Spiel gegen Genf. wo wir immer runtergehen, meistens gar nicht so schlecht spielen und dann verlieren wir den Match gleich. Wohingegen St. Gallen ein Gegner ist, wo immer alles möglich ist. Und das hat sich ja jetzt am letzten Match wieder bewahrheitet. Ja, genau. Genf macht eigentlich immer Spass, das ist halt der lange Weg. Einmal nicht so easy, vor allem wenn man zum Beispiel einen Sonntagabend um halb neun Spiele hat, dann wäre das schon heavy. Aber jetzt, also ich finde es immer cool zu Genf zu spielen, abgesehen vom Weg, Lage vom Stadion, finde ich jetzt zwar nicht so optimal. Schön, dass du ein bisschen raussehst im Industriegebiet ein bisschen. Ja, es ist halt, wenn es dann ein Sonntag halb bis fünf Spiel ist, wird es halt dann recht spät. Ich selber habe eigentlich immer gerne so, auch die Novemberspiele, oder weisst, wenn es so kalt ist und du merkst, es kommen die richtigen Fussballfans. Oder immer sehr gerne, also jetzt sind es halt in der Challenge League, bin ich auch auf Sion. Es ist auch immer spezielle Atmosphäre, dort hinten dran, du siehst Berge. Und eben auch dort, das ist eigentlich immer eine Stunde, obwohl das der weiteste Weg ist, oder das Auswärtsspiel mit der engsten Anreise, wie viele Leute abends noch mitgehen und nicht nur mit dem Extrazug, sondern immer einige Autos mit Zürcher Nummern. Das habe ich auch immer cool gefunden. Ja, Lausanne Spohr ist ja nicht zu unterschätzen, nur weiter weg als andere. Ich war auch in Lausanne, also das ist ja, also nicht, dass wir jetzt als GZ-Fans wahnsinnig prädestiniert wären, um jetzt auch noch über die, die noch etwas weniger Zuschauer haben, zu sinnieren, das ist schon ein bisschen, ja, es hat schon nicht so viele Leute in Lausanne und dass jetzt der Kanton Watt drei Clubs in der Super League hat, ist jetzt auch nicht unbedingt eine wahnsinnige Bereicherung gewesen. ich hätte Sion viel besser gefunden, um hier oben zu haben, weil das ist eine ganze Region mit heissblütigen Fans, es ist immer ein Hexenkessel, wir haben einen Präsidenten, der immer für Action und Gesprächsstoff sorgt, der Constantin. da finde ich jetzt, da finde ich jetzt Sion im Vergleich zu Stade Lausanne Uschi, ich meine, bei uns jetzt, bei den Heimspielen, ich glaube, der einzige Klub, der nicht wirklich gar niemand hatte, war Stade Lausanne Uschi. ich war in dem Heimspiel, Lugano hat dann wenigstens 20 oder 30 und Lausanne vielleicht 50, aber Uschi hat einfach gar keinen Anhang, das ist irgendwie ein bisschen schade. Und sonst, man hat es ja auch letztes Mal gesehen, also ich meine, Winterthur bringt viele Fans mit, St. Gallen hat einen rechten Anhang, Luzern, IB, Basel, das ist eigentlich eigentlich recht cool, von der Stimmung her. Ja, die Deutschschweizer sind immer sehr, sehr gut dabei, habe ich das Gefühl. Bei Serwe, glaube ich, kommt langsam auch etwas, man sieht es auch in den internationalen Spielen, aber eben bei den Welschen Klubs, man sieht es auch im Eishockey, eigentlich gut, das Beispiel sind so ein Maximalkontingent, und Teams, die dürfen in der ersten Liga spielen in denen lassen, und Lausanne Uschi darf jetzt nicht aufsteigen, auch im Kontingent, aber ich glaube, nicht nur wegen dem, ich glaube, das Stadion ist dort auch das Problem, aber eben, es sind einfach auch extrem viele Teams zu dort. Ja, aber wenn ich zurückdenke, Anfang der Saison, hat Ivar da nicht einmal Heimspielen mit Zuschauern ausgetragen, dann muss man ja sagen, hallo, also entweder will ich oben mitspielen, und dann musst du auch irgendwie gewisse Standards erfüllen können. Ja, aber nochmal wegen LAFC und den Amerikanern, die haben ja ein Stadion gebaut, ein neues, in Downtown LA, das sieht wahnsinnig cool aus, hat 28'000 Plätze, das ist immer voll, da gibt es nie ein Ticket, und wenn man das jetzt auch arbeitet in Zürich, und wenn man eben auch den Klub ein bisschen ins gute Licht drückt, in der Kommunikation, dann habe ich schon das Gefühl, im Zusammenspiel mit einem gewissen Erfolg auf dem Platz, dass da nochmal so ein bisschen ein Aufbruch möglich ist. Und irgendwo merkt man ja jetzt, gerade auch wegen dieser gewissen Dominanz vom FCZ in dieser Stadt, die verspreit und verklebt ist, mit FTC Graffiti und Kleber, hat der GC-Fan, sie hat auch wieder so einen Underdog Charme plötzlich, und der Underdog hinter mir, ich weiss nicht, ob man das sieht, ich bin ja ein grosser Rocky Fan, die Attraktion der Filmfigur Rocky ist ja, dass sie eigentlich der Underdog ist, und das hat auch seinen Charme, wenn man das Feld von hinten aufrollt und sich mit Kampf durchsetzt. Ja, definitiv. Da kommt man gerade noch einen Film im Sinne von Netflix, wie gesehen Kurt Warner hat er geheissen, der auch von einer ganz anderen Liga kam, nachher ist in der NFL auch Football gespielt, nachher der Super Bowl gekommen. Also eben, es gibt immer solche Storys, wer weiss vielleicht. Übrigens, Fussball in Amerika ist wahnsinnig am Kommen, Baseball ist ein bisschen am erodieren, das gilt jetzt ein bisschen als der alte Sport, und ich gehe ja seit vielen Jahren auch geschäftlich regelmässig auf Amerika, also vor allem auf L.A. und vor 15 Jahren, oder 10-15 Jahren, war Fussball ein Frauensport plus die Einwanderer. Also die Mexikaner oder die Latinamerikaner haben Fussball gespielt, und mittlerweile siehst du im Alltag, siehst du Leute mit Galaxy, oder LAFC, Leibli, und in zwei Jahren haben sie die WM bei sich in Amerika, und dann kommt der Sport sicher nochmal einen riesen, riesen Boost rüber. Und ähm, das ist ja so ein bisschen der blinde Fleck gewesen, wenn du die Weltkugel hast, also Fussball ist überall am Kommen, Middle East, in Asien, und Amerika ist so ein bisschen der blinde Fleck gewesen, und jetzt ist, wird Amerika doch auch immer mehr eine Fussballnation, und es hat halt wirklich auch den Vorteil, dass es am Fernsehen, und Fernsehen ist ja extrem wichtig in Amerika, einfach gut, kannst du vermitteln. Im Eishockey siehst du ja den Buck kaum, und irgendwie, bei den anderen sind die Leute, wie die Superhelden, der Schauspieler hinter der Maske, die sind irgendwie eingepackt im American Football, und was eben für die Amis noch cool ist, du siehst ungefiltert die Leute, mit ihren Gesichtern, und das ist gerade immer ein Markt, der Showtime liebt, und Emotionen natürlich ein Essay. Weisst du, dass es den Leuten angemerkt hat, dass sie jetzt auch mehr zu Fussballfans werden? Ja, absolut, und man merkt auch, dass es immer mehr Bars Fussball übertragen wird, auch europäischer Fussball. Ich habe einmal die WM dann geschaut, wo sie in Südkorea war, also wenn sie ein bisschen komisch, dann bist du irgendwie am Morgen früh, also zum Morgenessen schaust du Fussball, oder auch wenn italienischer Fussball übertragen wird, aber sie ist auf jeden Fall sichtbar präsenter worden, Fussball. Auf jeden Fall, ja. Was denkst du, du hast vorhin erwähnt, genau wegen Zürich zurückgewinnen, was würdest du sagen, wie sollte man das jetzt am besten angehen, dass wir Zürich wieder zurückgewinnen? Ja, ich glaube, es braucht ein Bündel an Massnahmen, es braucht vor allem eine Politik, die das auch als Ziel definiert, dass man wirklich beim Klub sagt, okay, wir wollen zurück, und dann muss man halt Massnahmen definieren. Ich habe es schon gesagt, so eine Art Treffpunkt für die Fans, vielleicht für Hoppers aus allen Sektionen könnte eine Massnahme sein, dann vielleicht vermehrt auch wieder mal ein Training irgendwo in der Stadt. Klar, wir haben den Campus in Niedernasli, aber der ist halt so gleich ein rechter Schluck ausserhalb, dass man irgendwie sagt, man trainiert auf irgendeinem Platz und die Fans können kommen und schauen. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man bei den einschlägigen Events, sei das Sechse-Leute oder die Eröffnung vom Zürich Filmfestival, dass man da irgendwie präsent ist, dass Spieler zum Beispiel bei uns an der Eröffnung kommen, dann muss man schauen, dass man gute Mediengeschichten hat und natürlich am Schluss geht es auch darum, dass man das lieblich und ab und zu am Fahnen am Balkon, dass man auch wieder sichtbarer ist. Das ist natürlich extrem wichtig, weil die schlummerten der Hoppers auch irgendwie merkt. Ich bin ja gar nicht allein, es gibt ja andere links und rechts. Hast du bei dir eine Fahne draussen? Ja, jetzt nicht, aber wenn man wieder mal etwas gewinnen oder im Finale käme, dann würde ich sie auch wieder raushängen. Aber ich bin jetzt einer, der tatsächlich auch die Jagge, ich habe Stadionjaggen, den Pulli, das Liebchen, wieder vermehrt anlegen. Ja, sicher wichtig, dass wir da alle uns an mir zeigen, vor allem. Weil das ist schon, du möchtest schon, nach einem Match wird jeder wieder den Schal versorgen, natürlich wegen der Gewaltsituation. Und wenn es da mal wieder stabiler ist, dann ist das auch eine coole Sache. Aber wir brauchen auch Gesichter, es braucht auch Spieler, die sich die jungen Fans mit ihnen identifizieren können und es braucht auch Gesichter vom Klub, die anstehen und sagen, ich bin GC-Fan, ich gehe jetzt ins Stadion und ich will meinen Klub unterstützen und so weiter. Was würdest du so als erste Amtshandlung unternehmen, wenn du jetzt bei GC wärst? Könntest du entscheiden, was jetzt passiert? Was wäre es als erstes, du könntest machen? Ich würde einen Workshop einberufen und würde ein Ziel definieren und nachher den Weg, wie man zu diesem Ziel kommt. Ich finde allerdings, da ist ja viele auch kritisiert worden, es hatten doch schon einige Schritte in die richtige Richtung. Ich finde, der Stand am Zürichfest war eine gute Sache. Das Merchandise ist besser geworden, Social Media ist besser geworden. Es ist schon etwas gegangen in letzter Zeit, aber man muss auch sehen, ich glaube jetzt auch mit LAFC, die werden nicht einfach kommen und sinnlos Geld hier puttern, sondern die werden auch die GC Community pflichten und sagen, es braucht auch das Engagement von diesen Lokalen. Und dann sind auch wir gewillt, unseren Beitrag zu leisten, aber die, die meinen, es sei wie mit Fosun, die shoppen einfach und dann wird es verbrennt, ich glaube, das wird mit Amerikanern nicht passieren. da sind viele gewichtete Kapitalisten und Geschäftsleute, die wollen Resultate sehen. Bei Fosun haben wir ja auch nie so richtig begriffen, oder auch mal ich nicht, wo es eigentlich der Plan war oder wieso sie das gemacht haben. Da haben wir gemunkelt, ja, sie wollten einfach Einfluss gewinnen, um vielleicht auch an den Hochschulen bessere Karten zu haben, um in der Forschung irgendwie den Fuss in die Türe zu bekommen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber das ist auf jeden Fall nicht aufgegangen, da ist einfach auch der Kulturunterschied zu gross gewesen und da merkt man schon, die Amis, wenn du bist weg gewesen, an der Generalversammlung vom Klub, da ist einer da gewesen und hat gerade mal ein bisschen Showtime gemacht und sind den Klub vorgeschrieben. Die sind da und die sind kommunikativ und fassbar und klar, sie reden Englisch, aber die meisten können Englisch und verstehen, was sie vorhaben. Ja, das war ein Video allgemein, eine Präsentation und zeigen eben auch, wie der Klub auch in der Stadt verwurzelt ist in Los Angeles und dass man das jetzt halt auch da umsetzen in Zürich mit dem GIZ. Und L.A. in Zürich findet man ja L.A. mega cool. Also erstens ist Amerika das wichtigste Land für Geschäftsreise und eben auch für mich bei vielen in L.A. oder in Amerika generell. Viele Leute gehen auf Kalifornien in die Ferien, man findet die Stadt cool, es ist der Sitz von Hollywood, Twitter ist Städte. Es ist ein Gleitstaat Kalifornien, der für Fortschritt steht, der für Ideen errichtet umsteht und das zeigt sich eben auch bei L.A. FC. Und insofern ist das schon etwas, wo einfach Mut gibt, in der doch so sonst Tabellarisch, wenn man es einfach anschaut. Wir sind jetzt auf dem 10. Platz. Eine etwas betrübliche Situation. Ich bin einfach wirklich die nächsten Match. Was haben wir jetzt? Lausanne, Lugano. Da müssen jetzt mal Goal hin. Wir müssen wirklich mal wieder Goals schiessen. Wir haben ja jetzt auch neue Spieler bekommen, drei. Wie heisst es? Batista Meier, Kameri und Abouakar. Und ich hoffe, dass da mal der Knopf aufgeht. Weil eben, mich denkt es, wenn man schaut, man sieht, man kann es mit Händen fassen, die Verunsicherung und die vielen Fehlpässe. Und ich glaube, denen fehlt einfach das Erfolgserlebnis. Und im Fussball, das ist ja schön, es ist unberechenbar. Wenn der Knopf aufgeht, kann man plötzlich Selbstvertrauen tanken und wieder in den Spielrausch reinkommen. Und dann gehen die Bälle, die vorher gelassen sind. Definitiv, ja. Bezüglich der Kameri, ich habe noch eine Nachricht bekommen auf Instagram. Angeblich hätten sie sich bereits verletzt, jetzt im Training vor dem Länderspiel. Ich glaube, sie spielen heute oder morgen. Ich glaube, der Stand der Aufnahme mit der österreichischen Nationalmannschaft mit der U21. Also ich glaube, verletzt, hätte er nicht weitermachen können. Das ist ja schon auch ein riesiges Thema, bei GC, wo ich einfach hoffe, dass, und Amerikaner, ich kenne es ja nur vom Film, Hollywood, wenn irgendwo ein Problem ist, sie erreichen eine Demographic. Z.B. bei Zielgruppen von den 17 bis 21 Jahren, da gehen sie hin und analysieren, was ist da los? Wieso erreichen wir die nicht? Und dann müssen wir vielleicht Marketingkampagnen anpassen. Und, Fakt ist, wir haben Verletzungsprobleme jetzt in dieser Mannschaft, die nicht normal sind, auch im Quervergleich innerhalb der Liga. Und ich hoffe schon, dass die mal jemanden beiziehen, der mal eine Analyse macht und mal schaut, was liegt es. Liegt es daran, dass man natürlich aus dieser Zeit mit den Chinesen gesagt hat, man verpflichtet nur Leute, die ablösefrei sind. Ja, dann kannst du irgendwie Leute zusammenwürfeln, die irgendwo im toten Winkel ihrer Karriere angekommen sind, irgendein Rumän auf dem Abstellgleis in Kanada und einer von dort und einer von da. Ja, das hat einen Grund, warum die auf dem Abstellgleis gelandet sind. Und so musst du eigentlich auf der Lucky Punch hoffen, dass irgendwie das Hidden Jam, also eine verborgene Perle, zutage Förder ist. Aber rein rational betrachtet, kann die Strategie nicht wirklich aufgehen. Weil wenn die Leute gut wären, müssten sie nicht ablösefrei zugeetzen. Und da hoffe ich schon, dass man mit dem Netzwerk, wo jetzt auch Bayern München dazugehört, der Harald Gärtner, der Europaschef ist von diesem Konstrukt, dass man da auch wieder bessere Transfer tätigen kann. Und auch vom Know-how von Bayern profitieren. Lustig, ich bin gestern zurückgekommen, geschäftlich zwei Tage in München gewesen. Da habe ich immer gedacht, es gibt eben Fussballstätten und andere. München ist auch so eine Stadt, unausweichlich überall. Mia Samir und FC Bayern. Und da bin ich immer schon ein wenig wehmütig. Also klar, was cool ist ja Zürich, wir haben zwei Clubs. Alle Länder, wo der Fussball wichtig ist, haben Städte mit zwei Clubs. Italien hat AS Roma und Lazio, Inter und Milan. In Spanien hast du Atletico und Real Madrid. Und wir haben GC und FCZ. Aber zum Beispiel in Frankreich, wo der Fussball nicht so den gleichen Stellenwert hat wie in Italien und in Spanien. Oder in England. Da hast du keine Stadt mit zwei Clubs. Nicht einmal Paris hat zwei Clubs. Und von dem her finde ich das eben cool und hoffe auch, dass nicht wieder die dummen Ideen aufs Tapet kommen. Man könnte ja fusionieren und ein FC Zürich und so. Also das fände ich dann gar keine inspirierende Perspektive. Dann wäre ich also lange eher Winterthur-Fan oder weiss nicht irgendetwas anderes. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwie für einen Klub-Fan, der aus einer Fusion mit einem anderen Klub in der Stadt entsteht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema ist sowieso eigentlich schon länger vom Tisch. Da haben wir ja vielleicht mal von 8 bis 10 Jahren darüber geredet. Also das könnte ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Also in Zürich ist ganz klar, Grosse vom Klub Zürich. der erste Verein. Wenn dann gibt es nur noch der FC-Klub, würde ich sagen. Aber ich könnte es nicht vorstellen. Du hast ja vorher noch gefragt, was man machen muss und so. Und eines muss man schon einmal noch sagen, jetzt mit Blick auf die Zuschauerzahl. Wir haben jetzt in der letzten Runde, hat die AGC am Samstag zu Hause gespielt, gegen St. Galen. 10'092 Zuschauer. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, das sind 10'000. Und ich kann meistens auf 250, maximal 500 genau, kann ich die Zuschauerzahl schätzen. Aber das war eine tolle Kulisse und am nächsten Tag hat der FCZ 17'000. 13'000. Okay. Klar, es gibt andere Städte, da hat es mehr. Aber jetzt muss man auch mal sehen. Zürich. Hey, wir haben ein Operhaus, wir haben ein Schauspielhaus, wir haben eine Tonhalle, wir haben ein Kunsthaus, wir haben den ZSC, wir haben zwei Fussballclubs, in Winterthur hat es noch mal einen. Hey, wir haben irgendwie über 70 Kino-Linwände. Da ist einfach richtig was los. Und der Kampf um die Aufmerksamkeit, die Stadt hat 440'000 Einwohner, wir sind nicht Hamburg mit 1,8 Millionen oder Berlin mit 3,5 Millionen oder geschweige dann Paris oder London. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, man es auch sieht. Viele beanspruchen ein Stück vom Kuchen. Und das Gleiche gilt ja auch, wir hatten ja jetzt eigentlich nicht wirklich einen Lieblingsponsor gehabt, einen grossen. Also ab und zu ist irgendjemand auf dem Auswärts-Liebli. Aber auch der Kampf um die Sponsoren. Da bist du im Wettbewerb mit dem ZSC und mit dem EHC Kloten und auch mit uns, mit dem Zürich Filmfestival und allen anderen. Die Stadt ist einfach wahnsinnig kompetitiv. Und am Zürcher musst du halt echt etwas bieten, dass Begeisterung ausbricht. Und nochmal an dem Punkt, das gilt eben genau auch für Los Angeles. Los Angeles ist die Stadt, wo Brad Pitt und all die grössten Stars wohnen und wo die Wegenstätte des Entertainment ist. Und von nichts kommt nichts. Und von dem her habe ich schon auch das Gefühl, um den saturierten Merck Zürich wieder etwas wachkissen zu können, ist eigentlich der American Spirit der richtige. Auf jeden Fall inspirierender als das, was die Chinesen ausgelöst haben in Zürich. Definitiv inspirierender. Das sehe ich genauso. Wenn man die Spiele aus dem Event macht, dann zieht das natürlich auch wieder Fans an. Und natürlich auch mit dem Erfolg. Aber wie man sieht, Zürich ist gross. Zürich zieht die Masse halt auch an. Und eben mit so vielen Sportklubs. Dann ist es auch gut, dass wir einen Schnitt von 10, 12, 15 Tausend Leuten haben. Das ist durchaus möglich. Das haben wir auch schon gehabt. Wir hatten auch schon einen 10er Schnitt gehabt. So ist es ja nicht. Aber eben, wir müssen die Kultur wieder etwas herbringen. Ich habe dich auch gesehen. Gegen St. Gallo, du bist auch gestanden. Auch auf der Tribünat, wo ich aufstehe, beim Gezelied den Schal hochheben. Es braucht auch die, die etwas voran gehen. Wenn es dann läuft, dann stehen alle und halten ihn hoch. Aber du und ich könnten sagen, wir sind schon auf Platz 10 gegen St. Gallo aufgestanden und haben ihn hochgehebt. Genau, auf jeden Fall. Nein, eben. Mein Support gilt natürlich eine schlechte Zeit. Wie lange bist du schon GZ-Fan oder so voll dabei? Ja, so voll dabei, eigentlich schon lange. Seit 20 Jahren. Ich war schon im Arturm. Ein paar Jahre, bevor es abgerissen wurde, dann war ich schon 2005 oder 2003. Also 2003 war ich auch schon das Spiel. Ich kann mich jetzt aber gar nicht mehr so richtig gut daran erinnern. Ich habe zwar noch alte Videos und Fotos mit dem Ganzen. Aber ich denke, so richtig intensiv. Wahrscheinlich 2006. Wahrscheinlich seitdem sicher intensiv. Das ist gerade dort, wo es nachher ein bisschen durchab ist, nach dem Meistertitel 2003. Ja. Aber ähm. Also dort im 8. Jahrhundert bin ich sicher sehr regelmässig gegangen. Auch dort. Dort haben wir, glaube ich, Chiriakos Forza gehabt. Dort bin ich sehr, sehr oft da gewesen. Ich bin auch immer in der Kurve gewesen. In der Kurve. Mit meinem Vater auch oft gewesen. Also dort hat es eigentlich, dort hat es wirklich angefangen, regelmässig zu werden. Ich war auch immer in der Kurve gewesen. Bei GC. Und das war halt schon gut, weil du so nahe dran warst. Und wenn du den Ongi Essen necker gemacht hast, hast du genau, also erstens hast du ihn nahe gesehen, und hast gesehen, was er ansieht. Und so. Was mich so aufregt, ich habe irgendwie so Autogrammkarten und solche Sachen gesammelt. Und irgendwann, als ich gezügelt habe, habe ich das Zeug weggegeben. Ich hätte eigentlich gerne noch die Memorabilia von damals. Und jetzt tue ich also die Lieblie, tue ich nicht mehr in den Kleidersack, sondern die Palte irgendwie. Ich denke, vor allem das mit der chinesischen Uhr, irgendwann in 20 Jahren. Das war schon der Zeit, wo die Chinesen da waren. Genau. Das ist ein cooles Erinnerungsstück, das ich einmal von dem Buch durchgehört habe. Im GC-Buch, und man denkt, die, die es noch nicht haben, und man denkt, auch auf den Balli. Dort habe ich ja das Kapitel geschrieben, quasi ein Blädoyer. Sie sollen wieder einmal mehr in blau-weiss spielen. Weil das steht eigentlich in der Statute im ersten Satz. Also wenn eine Mannschaft, die GC aufläuft, egal welche Sportart, dann sind sie in blau-weiss. Und eine Zeitlang haben wir ja grün und leuchtgel und orange und schwarz und so. Und das habe ich eigentlich einen Fehler gefunden. Und jetzt sind die Sachen eben wieder traditioneller. Du hast jetzt auch so einen Moigümpfer da. Zwar so ein wenig eben die LAFC-Farbe oder auch die Zürich Filmfestival-Farbe Gold-Schwarz. Aber ich finde, sie haben sich jetzt doch Mühe gegeben und nehmen auch ein bisschen den Slogan auf von den Kurven. Also ich träge zum Beispiel den Pulli, träge ich jetzt extrem gerne. Auch im Alltag. Das ist auch wirklich bequem. Die Marke, die Capelli, habe ich vorher nicht gekannt. Das ist eine amerikanische Marke. Aber ich finde, das war ein guter Move mit denen. An und für sich würde es jetzt Sinn machen, also ich denke jetzt einfach wieder ein bisschen wie ein Unternehmer. Wir haben ja die GC 12 Sektionen. Wenn wir mal mit einem Ausrüstern einen Deal machen für alle Sektionen, so dass auch die vom Girling und die vom Tennis und so, dann bekommst du auch einen besseren Deal über die gleiche Marke. Die Capelli ist eigentlich super, also besser jetzt noch können laufen. Viele haben es eben schon gefunden, über den Fluss von Alidas und so. Aber schlussendlich ist das optimale Lösung gewesen, weil Capelli kann uns extrem entgegenkommen, nicht nur mit der Stuckzahl, sondern halt auch, weil man sehr flexibel ist. Sie haben auch noch einen weiteren Sitz in Düsseldorf, in Deutschland. Und das ist natürlich auch ASEAN. Ja, wir haben das Wappen und oben so den Hoigümpfer und hinten steht noch für unsere Liebe oder GZ Zürich. Das finde ich recht cool. Genau in dem grünen T-Shirt für unsere Stadt, für unsere Liebe. Gibt es in Zürich, aber immer so eine Stadt drauf. Das Liebläser und Grüns ist auch mega cool, eben auch viel mehr Einfluss von der Kurve. Finde ich super, wenn wir das so integrieren. Ich habe gehört, es wird ja der Shop noch aufgestockt im Sommer. Bin ich sehr, sehr gespannt. Was heisst aufgestockt? Es gibt neue Produkte? Neue Produkte? Angeblich. Ich weiss jetzt nicht, wie fix das ist, ob das kommt oder nicht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich da extrem, wenn wir da so breit Segmenten, breit sultimhänden Artikel haben. Ich finde einfach, man muss auch, eben, also der Klub braucht dann mit Blick nach vorne die Identifikationsfiguren, die sich auch Zeit nehmen für die Fans, wo vielleicht auch die Fans mal zugelassen sind und nachher zum Training und nachher, ich sage jetzt Stand heute wäre es am ehesten Abarashi, wo es auch einen Austausch gibt. Ich habe gesehen, du hast auch mit ihm gesprochen. Das habe ich natürlich super gefunden, weil es ist wie im Kino. It's a people's business. Die Leute wollen den Film mit Brad Pitt sehen oder mit Rock oder mit Zendaya oder mit Timo C. Chalamet. Du brauchst schon die Poster Boys. Und da ist halt, unter Chinesen ist das auch eine recht anonyme, beliebige Truppe gewesen. Viele wie Leili, die haben ja kein Wort irgendwie können, weder Deutsch noch gescheit Englisch. Und dann ist es natürlich schwierig, dass der Funk überspringt. Sehr, definitiv. Wer macht eigentlich alle, ich habe ja gesagt, ich finde es cool, die Fans mit den Choreos wer macht die eigentlich auch? Es gibt es da eine Gruppierung unter den verschiedenen, die sie auch machen müssen. Es ist ja noch recht viel Arbeit dahinter. Ich weiss es nicht, vielleicht ist es eine Gruppierung, aber ich könnte jetzt da nicht irgendetwas sagen, ob das stimmt es nicht. Nein, ich weiss es gar nicht. Keine Ahnung. Aber es ist cool, da wird man auch wieder mehr aktiv und macht wieder mehr. So wichtig der Choreos auch für die jungen Leute, wenn man sieht, boah, cool. Das ist auch für die Spieler motivierend. Du kommst rein und siehst an einem vollen Block wie jetzt zum Beispiel in Winterthur und hast gestanden, wenn du da kämpfst zur letzten Sekunde oder jetzt gegen St. Gallen. Was ist gestanden? Zehn Runden vor Schluss gehen wir nicht K.O. oder elf Runden? Das war eine coole Aktion. Ja, jetzt sind noch wichtige Spiele, die anstehen. Jetzt am Ende, also gegen das Ende dieser Saison, wie du gesagt hast, zehn, elf Spiele, die jetzt noch offen sind. Was denkst du jetzt, wie wird es ausfallen schlussendlich? Oder was ist wichtig, was müssen wir noch schauen, dass wir eben da nicht nur auf dem Baraschplatz schlussendlich landen? Ja, wichtig ist jetzt, dass wir gegen Los Angeles und gegen Lugano möglichst vier Punkte holen. Einmal gewinnen und vielleicht noch es unentschieden. Weil wenn wir jetzt in den nächsten Spielen keinen Punkt holen, dann gibt es wirklich eine Zitterpartie. und ich verfolge, weil ich viel im Wallis bin, einfach auch den FC Sion. Und wenn ich mir überlege, dass Thun oder Sion blüht, oder Sion, das ist ein heissblütiges Publikum mit in der Barrage 15'000 Leute im Hexenkessel. Also da möchte ich lieber nicht in die Barrage gehen müssen. Und die nächsten Spiele sind entscheidend und insofern ist auch wichtig, dass wir die Fans, dass wir alle gehen und den Klub unterstützen. Auch wenn sie jetzt nicht Basel oder FCZ oder IB sind, gerade von den Direktbegegnungen zu Hause, sondern dass wir eine gute Stimmung haben und die Jungs unterstützen, damit sie einen 3er machen. Was würdest du sagen, was gibt es zum Schlussendlich für einen Tabellenrang? Muss man erreichen? Ja, ich glaube, wir werden den 9. Also ich habe schon die Hoffnung, dass wir die Barrage umgehen können. Man muss auch sehen, das Thema, das wir vorher darüber geredet haben, die vielen Verletzten. Ich meine, wir haben schon Substanz. Sie denken, der ist jetzt zurück. Der ist für sich ein guter Spieler. Der hat jetzt einfach auch lange gefehlt. Und wenn vorne der Decarvaio, der immer schön läuft, aber wirklich die Inkarnation vom Chancetod ist, einfach mal treffen würde, dann würde das dem auch den Knopf öffnen und neues Selbstvertrauen geben. und wichtig ist wirklich im Spiel nach vorne. Nicht einfach die Bälle ins Nirgendwo, irgendeine Flanke, die direkt ins Auge geht oder am Verteidiger in die Füsse, sondern dass man irgendwie ein genaueres Passspiel hat. Und was ich immer denke, ich denke, schiessen doch mal. Immer noch mal einen Pass dabei. Wenn du mal im Sechzehner bist, musst du dich mal schiessen. Und dann wird der Goalie vielleicht ab und dann kann einer den Abpraller einschieben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, sie wollen dann hinter die Linie kombinieren. Und da sie jetzt nicht Tiki-Taka-Weltmeister aus Spanien sind, sondern der Gras-Ober-Club Zürich mit den Spielen, die wir jetzt halt noch mal haben, die Saison, braucht es ein bisschen mehr Brechstangen oder mehr Druck mit Schüssen. Jetzt hoffen wir natürlich, jetzt haben wir auch mehr Druck. Nachher, wenn der Ava Mabill zum Glück wieder zurückkommt, vorläufig im April, wenn es gut kommt, dann bin ich ja sehr gespannt. Ja, ich bin ja gespannt, in welcher Form der ist. Aber man muss natürlich auch sehen, es gibt ja kaum eine Standardaufstellung oder so ein Gefühl von Stammspielern. Wir haben, nicht den Kawabi, wie heisst der den Südkoreaner? Der Seko meinst du? Der Seko. Aber Aschi, wenn sie nicht gesperrt sind, dann laufen die auf. Und der Hamel, wo wir übrigens auch mal Chapeau, ihm verdanken wir extrem viel, wie er in den letzten Matchen gegeben hat, auch gegen St. Gallen. Ja, jeder Match eine neue Aufstellung und viel Wechsel ist halt auch schwierig. Da kannst du auch nicht wirklich ein Gefühl zimmern, das irgendwie stabil ist. Und das ist halt auch ein Problem mit dieser Mannschaft, wo es keine klare Leader gibt und zu viel Mittelmaß. Definitiv, ja. Ja, leider ist es halt jetzt gleich so, dass es jetzt gleich nochmal einen Umbruch wird geben. Mal an. Aber es ist auch gut, dass es wieder einen Umbruch wird geben. Wie wird sich das zeigen, wie es dann wird? Was ich immer lustig finde, das haben wir schon letztes Mal gesehen, wenn dann die Spieler gehen, sind alle ein bisschen wehmütig. wie hat er geheissen, der Ungar, der zu Servet ist, der Bolla, dann sind alle traurig. Aber wie viele Mal hat er den Ball nicht stoppen und hat einen Einwurf für den Gegner ermöglicht. Also ich bin dann im Fall nicht traurig, wenn der ein oder der andere geht. Ich bin froh, wenn die Jungen bleiben, wenn man die weiterentwickelt. Ich bin dankbar, wenn da Braschi und der Hamel uns erhalten bleiben. Und dann, wenn der NG, glaube ich auch, wenn er nicht verletzt ist, dass er uns viel bringt. Und dann brauchen wir auch Blut auffrischung und einfach mehr Klasse und vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung da und dort. Man muss es nachher sehen, die Mannschaft ist extrem jung und ja, da zahlen wir halt auch einen Preis dafür. Wir haben ja oft, ich meine, wenn ich wieder den Abwehrfehler sehe, der zum 1-0 führt gegen St. Gallen, da raufst er einfach die Haare. Letztes Jahr hatten wir den Losli, wo entweder rote Karten, Penalti oder den Pass im Lauf vom Stürmer gerade selber gespielt hat. Jetzt haben wir die Capriole eigentlich hinter uns gewähnt und jetzt fängt das wieder an. Und das sind natürlich ärgerliche Fehler, weil das sind dann die Punkte, die am Schluss entscheiden über Barrage oder eben nicht Barrage. Und darum braucht es jetzt auch wirklich eine wahnsinnige Konzentration und vor allem auch wie der Opmar Hitzfeld legendärerweise immer gesagt, kompakt stehen und nicht immer hinten alles auseinanderreissen und die Räume ermöglichen einem Gegner für schnelle Konter. Ja, bleiben wir auf jeden Fall zuversichtlich, jetzt was die letzten Spiele noch anbelangt, gehen wir fleissig im Stadion unterstützen. Ich bin immer dort. Richtig, auch alle anderen Fans da hausse, jetzt umso mehr brauchen wir alle. Auf jeden Fall im Stadion, jetzt wo der Endspurt angesagt ist, wenn es jetzt halt leider um das blöde Wort Liga halt geht. Ich sage es jetzt wirklich ungern, weil er gerade zum Club Zürich gehört, aber ganz klar. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ja, dass wir dann wieder Umbruch starten in der Superliga und dann wieder neu angreifen und dann und vielleicht mit einem Zivil in der Tür legen. Gut. Hast du sonst noch einige letzte Worte und noch mal? Ja, kommen wir. Ich sehe es gleich. Ich möchte einfach die Appell an die Fans richten, kommen. Es braucht uns jetzt und gemeinsam schaffen wir das, dass wir nicht abstiegen oder in die Paras müssen. Hop geht sie. Genau. Gemeinsam schaffen wir es. Hop geht sie, Zürich. Das ist schon unser hart Turmen festiges das ist die Heil. Geze die ewige Nummer 1 das ist Geze jetzt auch um die anderen rein. der das ist Untertitelung. BR 2018